Ich arbeite als Entwicklerin und Systemadministrator mit einer sogenannten Middle-Wear-Software-Löse namens Lobster Data. Hierüber können unterschiedliche Systeme miteinander kommunizieren und Daten austauschen. Dadurch gewährleisten wir, dass sich die aktuellen Businessdaten immer dort befinden, wo sie benötigt werden. Wir arbeiten mit verschiedenen Leadership-Produkten wie zum Beispiel Salesforce, SAP, Workday und Office 365. Nach 275 Jahren steckt hinter Willeront-Boch viel mehr als klassische Keramik-Kompetenz. Unsere IT bringt uns täglich aufs Next Digital Level. Falls du mit uns über den digitalen Tellerrand schauen möchtest und wirklich etwas bewegen willst, besuche unsere Karriereseite oder kontaktiere uns über LinkedIn.